so hallo leute wie geht es euch geht es gut ich bin es wieder leon elektronik ich habe mir heute mal was überlegt und zwar das macht vielleicht einmal ein geiles video und zwar leute was wird in bayern so scharf und gut gegessen was ist das bayerische hauptessen und für was ist bayern bekannt vom essen was gibt es sonst auf der teresienwiese in münchen was ist man da zum guten bier nein nein kein händler ohne haxe nein es geht besser und zwar darf ich vorstellen da da weißwurst brezel hausmacher senf und original münchner bier da kann doch nicht immer viel schief gehen oder ja und ich würde mal sagen wir probieren das jetzt mal gemeinsam oder kommen das wir probieren jetzt mal aus so ich stelle ich mich hierhin so nicht jetzt aber mal gucken gespannt also da machen wir erst einmal ein brust auf münchen auf bayern dass man gesund bleiben brust bayern auf bayern jetzt geht sonst eingemachte jetzt gibt es die gute münchener weißwurst mit hausmacher senf weißwurst hausmacher senf jetzt die brezel gut ja ich lasse mir jetzt schön diese wunderbare bier zeltmahlzeit schmecken ja und für euch hoffentlich dürfen wir bald in einem richtigen wie bier zelt zusammen dieses gute bayerische schmangerl genießen und das gute und das gute münchener bier jeder der es vermisst nicht mehr lange hin dann haben wir alles zurück auf euch ich lasse es mir jetzt bayerisch gut gehen ich bin stolz auf das auf das bayerische land und bin stolz in bayern zu sein und in diesem sinne und zwar super servus miteinander aber Vielen Dank.